Mit knapp 30.000 Einwohnern ist Krems die fünftgrößte Stadt in Niederösterreich mit über 1.000 Jahre Geschichte. Sie ist Weltkulturerbestadt und bedeutende Bildungs- und Universitätsstadt mit 15.000 Studierenden und über 5.000 Schülerinnen und Schülern. Krems ist die zukunftsfähigste Stadt Österreichs. Mehr als 2.000 Betriebe sind in Krems sesshaft. Der Trimodale Hafen hat beste Anschlüsse an die Donau, Schiene und Straße. Die RENOS-Gruppe beschäftigt 75 Mitarbeiter hier am Standort Krems. Wir sind Hafenbetreiber, Spediteur und Binnenschifffahrtsunternehmen. Wir bewegen insgesamt 1,2 Millionen Tonnen hier im Hafen Krems zwischen Schiff, Bahn und LKW. Krems ist über die Donau angebunden, an die Rhein-Main-Donauwasserstraße. Wir sind über die Eisenbahn, über das Container-Terminal der Metrans nach Hamburg, Bremerhaven und Copa verbunden. Und natürlich über die Straße, über die Autobahn, die direkt bei uns in den Hafen geht, an das Straßensystem in Europa. Krems freut sich auf Sie! Krems freut sich auf Sie! Krems freut sich auf Sie! Vielen Dank.